Mein Ziel, auf eine 4-stellige Nummer auf der Rangliste zu kommen, ist immer noch da. Und der Wüstenfieber von Melvin01 hilft da schön mit. Oh nein, das stimmt, die sind ja stochelig, alles. Okay, ich muss mich zuerst wieder ein wenig reinfinden, Entschuldigung. Nach so vielen guten Leveln muss auch wieder mal ein wenig trashiger sein. Könnte es sehen, dass da oben irgendeine Position... Es ist 1-Up! Ja Mann! Checkpoint! Oh ja, ich sehe es. Ist doch wunderbar ehrlich. Ich bin so der Typ, der genau weiss, wie sehr, dass man denen vertrauen sollte, wenn man eine Stampf-Attacke drauf macht. Aber auf der gleichen Seite weiss ich auch, dass es praktisch unmöglich ist auszuweichen, wenn jemand wirklich... Ich gehe dazu… Oh weiss ich ein cock denominiere! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, ohne Stoczen! Der Sub-Room ist nicht mal schlecht. Jetzt könnte man sogar immer wieder neu laden, um auch ja, jede einzelne letzte Münze zu bekommen, aber nein. So ist das wie ich nicht. Ich glaube, so ist die Zeit auch nicht. Donut Blocks. Donuts. Schaffen wir einen One-Up-Trick? Ah, wir können ja schon drei, aber... ...hä? Der reagiert auf das? Das ist ja cool. Das habe ich gar nicht gewissert. Aber mit dem Katzen-Anzug kommt man auch ohne den herunter. So, mit sieben Leben geht es weiter. Im ersten Level. Da gebe ich aus, dass ich noch kein Toll will. Ja... Es war okay, aber nicht gut. Und auf 36... ...duisig... ...duisig vor allem... ...tausig. Irgendeiner wird wahrscheinlich... ...so lange spielen können... ...vor allem auf normal... Oh, hey! Okay, Forest Run. Das heisst, einfach runnen. Oh, der Kermit! Oh, der Kermit. Oh, eui, eui, eui. Ich glaube... ...man arbeitet es irgendwie mit springen oder so etwas. Es gibt mir die Zeit kurz und knackig. Ja, hoffen wir, dass der wirklich... ...kurz ist. Ah Hilfe! Ach gut! Wow! Wenigstens kommt das Gift nicht runter. Oh! Okay, bis ich wieder 3 Leben habe. Das heisst das ist der letzte Versuch... Ok, ganz rechts dort sind wir sicher. Ok. 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 Okay, ich hätte es mir erwartet, vor allem nach dem Anfang, hätte ich etwas Schlechteres erwartet, darum wollen wir wieder einen Toll geben. Also, ich glaube wir haben noch Zeit, ja du, wir haben noch Zeit für einen. Snowpipe Factory, Birken 2002. Ah, stimmt. Superschwierig, wirklich. Es steht einfach ganz nahe an die Röhre. Ja, ne? Das ist eben etwas doof, da, seht ihr? Man kann die Röhre nicht mehr stacken, darum sieht es so hässlich aus, wenn man das macht. Aber, man steht einfach ganz nahe am Rand, dann ist mir zu nahe, dass die Röhre etwas ausspuckt und zack. Oh, ho, 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 ho. Okay, ich muss da, dass dann wieder ein Gumba ausschaut. Gell, Gumba. Oder ist er einfach nur oben gestanden? Achso. Jetzt ist er. Yay, Wannab! Uiuiui, komm schon. Ich habe doch gesagt, auf normal sind es die besten Level. Das einzige was man vielleicht als gute Level sehen könnte, sind Automatik Level oder Puzzle Level, wo man nicht wirklich sterben kann. Also natürlich nicht das einzige, aber wenn man mal einen guten Level bei einfach bekommt, dann ist es wenn man schwierig mal einen guten Level bekommt, dann ist es äh und wieder auch ein Puzzle Level, wo die meisten Zeit verloren haben. Oder irgendeine von diesen New Soup Speedruns. Also, die sind zwar gut, aber... Bogen kennen so einen, bitte. Verschonet die Menschheit von noch mehr New Souper Brazil Speedruns. Klingt allen dann gefallen. So, das ist doch ein erfolgreicher Part gewesen. Wir haben sogar... sehr gute Videos bekommen. Jetzt wird auch immer der Sprung, den man auf der Rangliste macht, immer kleiner. Und immer mehr ungefähr so weit gekommen sind. Aber wir sind immer noch wie 28'801. Und dort werden wir das nächste Mal noch weitermachen. Bis dann und einen schönen. Musik